Es gab eine sehr eindeutige, es gab ein eindeutiges Votum dafür, dass die wichtigste Frage der Mitarbeiter sich mit der Befristungspraxis in der Wissenschaft auseinandersetzt. Wir haben diesen Sommer, dieses Frühjahr, viel über das Thema Befristung in der Wissenschaft gehört. Es gibt einen neuen Entwurf für ein verändertes Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Was wollen Sie dafür tun, um die Befristungspraxis in der Wissenschaft einzudämmen? Also ich verfolge diese Diskussion aufmerksam. Nach meiner Auffassung ist das zentrale Problem nicht die Befristung. Wir brauchen Befristungen in gewissen Phasen der Entwicklung. Die Zentren müssen durchlässig bleiben. Wir brauchen auch immer wieder neue Köpfe und frisches Blut an den Zentren. Aber es braucht klare Perspektiven für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in jeder Phase. Also ich sehe den Änderungsbedarf vor allem in zwei Punkten. Das eine ist, diese kurzen, gestückelten Verträge müssen abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass Mitarbeiter immer wieder über drei Monate oder sechs Monate beschäftigt werden und danach geht es weiter oder nicht. Es gibt immer mal Situationen, wo eine kurzfristige Überbrückung möglich ist. Die ist vernünftig und auch vereinbart. Aber für eine gewisse Etappe muss es eine klare Perspektive geben für jeden. Ein zweiter Punkt, der mindestens genauso wichtig ist wie die Befristung, ist in meinen Augen die Betreuung. Wir müssen uns einfach noch intensiver darum kümmern, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Doktoranden, Postdoktoranden, einfach ein festes Betreuungsverhältnis haben. Dass sie Wissenschaftler haben, die sich als Mentoren kümmern und die ihnen helfen, im richtigen Moment der Laufbahn immer wieder die richtige Entscheidung zu treffen. Wie wollen Sie da als Präsident, wie kann die Helmholtz-Gemeinschaft da wirken, um das, was Sie eben beschrieben haben, voranzubringen? Also ich glaube, die allgemeinen Regeln, die wir gerade formuliert haben, müssen für alle Helmholtz-Zentren gelten. Natürlich gibt es Unterschiede von Zentrum zu Zentrum. Es gibt Zentren, die große Infrastrukturanlagen betreuen. Da ist es wahrscheinlich nötig, dass man wichtige Mitarbeiter langfristig bindet. Und auch frühzeitig schon mal sagt, jetzt sollte man einen Lebensvertrag abschließen. Das ist in den Gesundheitszentren zum Beispiel ganz anders. Da würde ich niemals bei einem 30-jährigen Mitarbeiter, der aktiv in der Forschung ist, der eine akademische Karriere verfolgen will, über einen Lebensvertrag diskutieren. Warum nicht? Weil man sich so früh überhaupt nicht binden sollte, ein Leben lang. Aber man sollte sicherstellen, dass der exzellente Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, dass er unterstützt wird und dass man ihm auch immer wieder bei der Frage hilft, was ist für mich persönlich der richtige Weg? Möchte ich diesen steinigen akademischen Weg einschlagen? Möchte ich Pressesprecher werden? Möchte ich ins Wissenschaftsmanagement gehen? Auch da können wir sehr viel mehr tun. Das ist auch wieder dieses Thema Betreuung, was wir schon angesprochen haben. Nochmal konkret die Frage, wie kann da die Helmholtz-Ebene, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Zentren ja vielleicht auch motivieren, in der Hinsicht noch etwas mehr zu tun als in der Vergangenheit? Ich glaube, indem wir erstens dieses Thema auf die Agenda setzen, indem wir zweitens voneinander lernen, was sind die guten Lösungen, die sich in einzelnen Bereichen und bei einzelnen Helmholtz-Zentren wirklich bewährt haben. Und ich glaube, das müssen wir auch nach außen deutlich machen, denn am Ende des Tages lebt Helmholtz nur von einem. Und das ist, dass es uns gelingt, die besten, talentiertesten, brillanten Köpfe in die Gemeinschaft zu holen. Der zweite Teil der Frage war, welchen Stellenwert räumen Sie generell dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Forschung ein? Riesigen Stellenwert, aus verschiedenen Gründen. Zum einen sehe ich zunehmend, dass wir viele Wissenschaftlerinnen verlieren für die Helmholtz-Forschung oder für die akademische Forschung insgesamt, in der Phase, wo die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich wichtig wird. Wo sie nämlich eine Familie gründen und Kinder haben. Ich sehe immer wieder talentierte junge Frauen, die im Alter von Anfang 30 sich für die Familie entscheiden und dann den Eindruck haben, dieser klassische, steinige, aufwendige Weg als Forscher in Akademia ist für mich zu komplex. Und ich kriege nicht genügend Unterstützung. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir bei unseren Rekrutierungsinitiativen oft gar nicht genügend Kandidatinnen finden, die als Professorinnen berufbar wären. Was wir am DKFZ jetzt begonnen haben, und das würde ich gerne helmholtzweit diskutieren, Wenn wir solche Talente sehen, Anfang 30, das sind oft Postdoktorantinnen, die in diese Lebensphase eintreten, dann bieten wir denen eine Nachwuchsgruppe an mit einer 10-Jahres-Perspektive, stabile Unterstützung, Mentoring, Einbettung in ein gutes wissenschaftliches Umfeld und vereinbaren mit der jeweiligen Person, dass sie diese 10 Jahre individuell gestalten will. Wenn sie sich zwei Jahre schwerpunktmäßig um ihr Kind kümmern möchte, ist das möglich in dem Setting. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die das unterstützt. Und das Ziel ist, dass wir gemeinsam diese Phase über 10 Jahre bewältigen und dass die Frau dann so weit ist, dass sie als Professorin berufen werden kann, dass sie eine eigene Forschungsabteilung haben kann. Das kann bei Helmholtz sein, aber auch irgendwo anders. Ich glaube, das ist eine Gruppe, die braucht viel mehr Aufmerksamkeit in Zukunft, denn an dem Punkt verlieren wir sehr viel. Die zweitmeist gewählte Frage lautet wie folgt. Werden Sie sich persönlich dafür einsetzen, dass die Helmholtz-Gemeinschaft wieder ein attraktiver Arbeitgeber für angehende Wissenschaftler wird? Da steckt ja schon eine Implikation drin. Wieder ein attraktiver Arbeitgeber. Würden Sie das unterschreiben, dass Helmholtz das wieder werden muss? Also, wieder scheint mir etwas übertrieben. Ich kann vom DKFZ sagen, das ist ohne jede Frage einer der attraktivsten Arbeitgeber in der biomedizinischen Forschung in Deutschland. Deshalb haben wir uns über Bewerbungen nie beklagen müssen. Aber es mag sein, dass es da Unterschiede gibt von Helmholtz-Zentrum zu Helmholtz-Zentrum. Und nochmal, ich glaube, Helmholtz kann nur erfolgreich sein, wenn wir die besten Köpfe anziehen. Wenn wir ein echter Magnet werden für Talente. Und da können wir überhaupt nicht genug tun. Ich glaube, das ist ein Punkt. Da können wir besser werden. Da können wir uns noch viel aktiver bemühen. Und an dem Punkt würde ich in der Tat gerne anpacken mit allen Zentren gemeinsam. Die dritte Frage wechselt jetzt das Gebiet ein bisschen. Jetzt geht es um die Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft. Die Frage lautet, wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung beim Thema Open Science? Und etwas allgemeiner gefragt, wie offen sollte die Wissenschaft generell gegenüber der Gesellschaft sein? Also ich bin ein strenger Verfechter von Open Science. Ich glaube, die Helmholtz-Gemeinschaft ist eine Organisation, die eine massive Unterstützung durch die öffentliche Hand und durch die Gesellschaft erfährt, in der Erwartung, dass wir helfen, einige der großen Probleme für das Land anzugehen und zu lösen. Ich glaube, das bringt aber auch die Verpflichtung mit, dass wir das, was wir tun, sehr viel stärker in die Öffentlichkeit tragen sollten. Von daher bin ich ein großer Unterstützer dieser Initiative, den sogenannten Wissenstransfer, viel stärker in die Mission der Helmholtz-Gemeinschaft zu integrieren. Das ist keine einfache Aufgabe. Das braucht Kommunikationstalent. Das braucht großes Engagement von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, bei der wir sehr viel gewinnen können und die auch sehr viel Spaß machen kann. Ich selber kenne aus dem DKFZ den Krebsinformationsdienst, der jährlich von weit über 100.000 Menschen kontaktiert wird, die ein Krebsproblem haben. Das ist ein Beispiel, das kann man sicher in vielen anderen Bereichen auch realisieren. Die vierte Frage lautet, welche Bewertungskriterien entscheiden Ihrer Meinung nach über gute junge Wissenschaftler? Seht am Ende die Jagd nach Publikationen. Das ist ja ein Thema, was auch in der Wissenschaft viel diskutiert wird. Ich glaube, letztlich entscheidet über die wissenschaftliche Karriere, ob man es schafft, von sich selbst ein Bild zu transportieren, dass man interessante, originelle, spannende Forschung macht und die auch darstellen kann. Da spielen natürlich Publikationen eine Rolle, weil das ist so eine Währung, die wird im Moment in der Wissenschaftsgemeinde gehandelt. Aber das hört bei weitem da nicht auf. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie stellt man die Dinge, die man tut, ansonsten dar. Nutzt man Chancen, seine eigene Arbeit zu präsentieren? Nutzt man Chancen, immer wieder mit erfahrenen Wissenschaftlern in Kontakt zu treten und denen zu vermitteln, was man tut? Gerade wenn man spannende Arbeit macht, wenn man begeisternde Ergebnisse hat, ist es enorm wichtig, die nicht nur in Publikationen abzulegen, sondern sein ganzes Umfeld immer wieder davon zu überzeugen, was man tut. Ich glaube, es braucht einen richtigen Mix. Und dabei müssen wir den jungen Leuten übrigens auch helfen, wie sie diesen Mix finden, wie sie, sagen wir mal, auf der einen Seite diese Notwendigkeit, die es einfach gibt, zu publizieren, nicht aus dem Auge verlieren, auf der anderen Seite aber auch sehen, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, auf mich aufmerksam zu machen. Ich kann allen nur immer wieder raten, sprecht über das, was ihr tut mit anderen, vor allem mit erfahrenen Wissenschaftlern. Da kann man nur gewinnen. Man kriegt gute Ratschläge, man wird frühzeitig darauf aufmerksam, ob man vielleicht doch was nicht bedacht hat. Andere werden auf einen aufmerksam und das ist genau das, worum es geht. Die fünfte und letzte Frage aus den Top 5 lautet, welche Rolle soll der Technologietransfer in der Helmholtz-Gemeinschaft in Zukunft spielen? Also der Transfer von der Wissenschaft auch in die Wirtschaft, in die Industrie hinein. Interessante Frage. Also, ich sehe Helmholtz als die Organisation, die sich nicht nur auf ein Forschungssegment beschränkt, sprich nur Grundlagenforschung macht, sondern wir haben wirklich die Fähigkeit mit der Größe, der Expertise, der Interdisziplinarität unserer Zentren, immer wieder einen Bogen zu schlagen, der von exzellenter Grundlagenforschung ausgeht, der dabei aber nicht aufhört, sondern der immer wieder Ergebnisse aufgreift, sie in Forschung und Entwicklung weiter vorantreibt und sie bis zur Anwendung bringt. Und der Fragen aus der Anwendung wieder in die Grundlagenforschung zurückspiegelt. Und wenn man das so unterschreibt, Helmholtz ist die Organisation, die immer wieder einen ganzen Innovationszyklus zurücklegen kann, dann brauchen wir Technologietransfer. Denn dann müssen wir uns immer auch mal wieder mit Anwendern zusammentun. Wir brauchen, glaube ich, völlig neue Formate der Zusammenarbeit zwischen Helmholtz und Industrie. Nicht die klassische Auftragsforschung, sondern frühzeitige Partnerschaften. Und diese Partnerschaften werden nur gelingen, wenn wir besser werden im Technologietransfer. Wie gut sind wir denn? Ich glaube, dass wir, wie in vielen Bereichen, unterschiedlich gut aufgestellt sind. Es gibt einige Helmholtz-Zentren, die sind sehr weit fortgeschritten im Technologietransfer. Die haben hervorragende Expertise, die haben ein sehr interessantes Patentportfolio. Die haben interessante Lizenzvereinbarungen, die haben Ausgründungen, die haben neue Formate der Zusammenarbeit mit der Industrie schon etabliert. Es gibt andere, die sind da noch weiter zurück und die müssen aufholen. Da kann auch durchaus ein Helmholtz-Zentrum dem anderen aushelfen. Die Zentren können voneinander lernen. Von daher begrüße ich diese Initiative von Herrn Zettel außerordentlich, mehr in diesem Bereich zu tun. Über Innovationsfonds, über Innovationslabore, genau den Bereich zu stärken. In die Richtung müssen wir gehen. Natürlich haben Sie jetzt nur auf einige Fragen antworten können. Gibt es darüber hinaus etwas, das Sie gern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Helmholtz-Gemeinschaft sagen möchten, als der neue Präsident eine Botschaft, die Sie jetzt gleich zu Beginn der Amtszeit an alle Mitarbeiter richten möchten? Also das tue ich sehr gerne. Zunächst einmal möchte ich Ihnen allen sagen, dass ich mich sehr darauf freue, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Für mich beginnt jetzt ja eine völlig neue Phase. Ich werde in den ersten drei Monaten sehr viel Zeit damit verbringen, alle Zentren zu besuchen. Die Zentren haben das auf wunderbare Weise organisiert. Dabei kann ich hoffentlich möglichst viele von Ihnen auch persönlich kennenlernen. Und ich möchte dann das, was ich lerne, in diesen ersten 100 Tagen dazu benutzen, um einen eigenen Vorschlag zu machen. Wie können wir noch besser werden? Wie können wir uns als Helmholtz-Gemeinschaft noch weiterentwickeln? Und diesen Vorschlag werden wir dann alle gemeinsam erörtern und gemeinsam umsetzen. In diesem Sinne freue ich mich sehr und gehe voller Optimismus dieses neue Amt an. Herzlichen Dank, Herr Wiesler. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Wiesler. Vielen Dank, Herr Wiesler.